ja leute herzlich willkommen zum neuen video ihr seht hier richtig fette geschossen aufgetischt bierland bks eine rauchbatterie die werde ich zusammenschießen also fächer rauch und fächer salut black box salut batterie pink lady das ist so ein komisches auto was fährt dann hier die honey badger von funke eine schöne knallmatte dann haben wir hier bks alpha baby und den hund den hektor in diesem video dann haben wir bombenrohre screenshot vortex salut funke super 2 so ein knallfrosch mit böller quasi eine chipula legal mit schwarzpulver dann hier so einen schönen püro union dann hier so ein pirat so ein coser mein attack schöne feuertöpfe knatterpeitsche da würde ich sagen fangen wir mal gleich richtig an immer hier diesen schönen knallfrosch so dann geht es weiter so schön knallkette so dann würde ich sagen machen wir weiterhin mit diesem hund und dem baby so dann würde ich sagen oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, dann geht es jetzt weiter mit zwei, drei Pumpenrohren. Einmal das Black Box Vogelschreck, dann Scream Shot und dann Vortex Salute. So, fangen wir an, Black Box. Alter Schwede, ich weiß nicht, ob es jetzt so weit unten war, aber das war richtig krass. So, und als letztes noch den Scream Shot. So, jetzt würde ich sagen, zünden wir mal noch ein paar. Voila, im Vergleich machen wir hier noch die Pirat und die Honey Badger. Zuerst die Honey Badger. So, jetzt die Piraten. Als nächstes kommt Funke Super 2. Immer wieder krass, diese Böller. Jetzt mal im direkten Vergleich. einen Pyro Union Neuheit mit Vorbrenner und 1 Gramm. Die sind nicht zu toppen, wirklich, das sind die besten Böller Deutschlands. BKS Alpha von Pyroland. BKS Alpha Pyroland. BKS Alpha Pyroland. So, jetzt haben wir hier noch die Knatterpeitschen. So, und jetzt die Knatterpeitschen. So, genau, machen wir gleich weiter mit diesem Catan Super 2. So, jetzt geht's gleich weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt machen wir weiter mit den Funke B-Böllern Hier machen wir einen kleinen Kreis Übrig geblieben ist jetzt noch das Pink Lady Auto Salute-Batterie und Rauch-Batterie Blackbox, Vogelschreck-Batterie und mein Attack Und hier nochmal Rauch So ein Reißding musst du auseinander machen Und dann hier dran ziehen Wegwerfen? Ja Das musst du auseinander machen Und dann so gerade wegziehen Langsam Und dann? Wegwerfen? Pyroland Rauch Ja 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 So machen wir weiter mit dem Pink Lady Auto Jetzt gibt's mal was richtig lustiges ist also so ein spielzeug auto sehr witziges design und mal sehen wie die karriere vorwärts geht wirklich ein sehr sehr witziger artikel so jetzt kommen wir fast zum ende kleine oder größere feuertöpfe auch richtig richtig nice ihr werdet es gleich sehen richtig edel jetzt hier noch die zwei feuertöpfe nicht schlecht aber nicht hoch das ist halt leider sehr sehr schade der war dagegen unfassbar und jetzt zum schluss noch eine schöne salut batterie black box vogelschreck batterie pyroland xxl salut batterie also bks ultra und in verbindung mit dieser rauch batterie von röder dankeschön hier noch mal so und jetzt als erstes die vogelschreck batterie von black box und jetzt So und jetzt noch die BKS Ultra von Pyroland und die Rauchbatterie ist leider ein bisschen dunkel, aber wird schon gehen. So und jetzt noch die BKS Ultra. Leider ist es wirklich etwas dunkel geworden am Ende der Tour, aber ich hoffe ihr habt trotzdem Spaß.